vier minute also ich steig dann in den heli eigentlich bin aktuellen zwei aus court renntag muss sagen wir raus sollen ja ja aber ob wir das court auflösen sollen ich würde schon zwei ist gott lassen weiß da kann man nichts hat man mobile spornpunkte wenn mal einer ganz weg ist muss man halt schnell sein beim swat switchen aber die anderen kennen das auch der der warte ist bei echo das ist alles safe die anderen nehmen auch einen habe ich gesehen junger vater jetzt los aber bei alpha ist keiner hingefahren oder 1 landest du damit damit ich ab damit ich absteigen kann oder fliegst du höher von punkten heli ist gespottet heli ist gespottet heli ist markiert ich mag den feind heli über a und b inches down ich geh aufs da im gebäude ist einer ziel scheibe ist drin an alle an alle gegner hat das ganz schipp gegner hat das ganz schipp ja wir sind live ja natürlich ist immer live ein oder oder von 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 Der ist vorn Ganz schön setzend Ja ich hab beide ganz schön verloren Müsst ihr selber damit klarkommen Legt euch bitte in eine Spawnbacke Bin down Gegner überrennt A Ah der zeigt sich noch fahren Gegner überrennt A Mein Spawnbeacon ist noch aktiv Scheiße Feindliches Boot Ich kann das Boot markieren Boot markiert Boot markiert Hier auf den Spawn liegen Ein Trefferboot Heli Mit über Boah scheiße Heli Und Boot markiert Und Boot Heli ist südlich Fahrzeug hat nen Hit Habt das noch 42 Ich bin down Boot ist weg oder? Jo Ja da bin ich tot Abspringer Spawnbeacon ist weg Unser Spawnbeacon ist weg Ne der von denen Feind Immer noch Feind Ja hier ist nur einer Ich hab ihn markiert Einen hab ich Der Kugelfang springt noch rum Boah Boah Ne der Pahn füllte Kugel weg Brauchst du denn die Schützenbeilkosten bitte? Ganz genau Genau die andere Seite Das man dann noch vom Kunde hin da raus Pfff Renni Krampfboot besetzt Auf dem Gebäude Auf dem Gebäude Wir haben B gezogen Der auf dem Gebäude ist down Ja Boot ist besetzt Alles gut Irgendwo piepst ja noch was Sie haben noch nen Spawn beacon Ich tippe auf im Wasser Kappen Kappen Spawn beacon hab ich Ich hab nochmal einen Wer mitfahren? Ich setz jetzt gleich das Gunchip ein Wer down ist Zwei Leute oder was ins Gunchip bitte Jetzt kommen 5,6 Leute von Bravo Rechts oder links äh, mitte ist also den Bruck auf die Spots sorry, sorry Minimap bin auch down da unten rennt einer ok, hab ihn ich zieh B da hat mich einer von hinten gemischt bevor ich von vorne war für den Heli, der bei Gustav ist in dem Turm sitzen ey, wir haben uns reingelfen bei Gustav da kommt noch mal einer ja, den einen hab ich gesehen den einen hab ich alles klar blu, schmeiß mal hier ein bisschen Moon her wo ich stehe naja alles klar guck auf B machen guck auf B ich bleib hier oben stehen einen hab ich bei B noch mal einen gespottet einen hab ich gespottet Spawn beacon hab ich bei B noch mal einen gespottet Achtung, die kommen von der Seite Achtung, die kommen von der Seite C, B und auch in B na, bin down die kommen von der Seite alle drei alle drei alle drei haben wir haben wir und da unten rennt er beim Wasser Ja, genau so, genau richtig. Der lebt noch, der lebt noch. Mach ihn weg. Gleicher? Ja, weiter weg. Nein, da ist nur noch mal einer weggerannt. Ja, da ist schon mal einer. Abspringer. Es gibt da noch Seiteneingänge, oder Flo? Achtung an alle, Achtung an alle, verhindertes Gunship, es ist hier in der Luft, verhindertes Gunship, es ist hier in der Luft. Autohealing ist A. Kannst du die Tür noch aufmachen? Wir sind eine Ammo-Fritze, ich brauche Ammo. Ja, eine Tür der Ammo wäre nicht schlecht bei B. Du seid ja gerade bei A. Bei A, aber ich bin auch böse. Wir haben A und B. Wenn sie kommen müssten sie normal eher erst B kommen. Wo braucht die Ammo? Bei der Container? Ja, genau. Hier oben irgendwo. Ist egal. Man sieht sie dann. So, wir haben A und B. Wir könnten jemanden zu E schicken. Nur erst Tipp. Achtung, Feindpoot, Feindpoot, Feindpoot ist markiert. Feindpoot ist gespottet, markiert. Ja. Oh, hat sich scheiße. Rakete fliegt. Der ist leider schon weg. Hat sich zurückgezogen. Der ist außer Reichweite. Okay. Ich bleib hier. Wie fällt das Ding hier? Fum, fum, hat der Park abgekriegt? Ist ja schön. War zu langsam. Wir können doch mit dem Boot zu E fahren, theoretisch. Ähm, wir tun, wir tun das, was hier der Chef sagt. Also, ich würde sagen, wir halten die zwei Fahnen. Wir können höchstens einen Squad rüber schicken. Ich habe hier vorne bei mir noch einen, ich habe vorne einen RIP bei A und einen Scooter. Ja, das ist ein Schiff. Ja, das ist ein Schifffahrzeug. Ja, das ist ein Schifffahrzeug. Komm her. Hm, Medik. Vorsicht, Beschuss. Ja, ich bin schon weg. Boah. Hm. Hm. I know it's on a hostile machine cutter! Hostile machine cutter! Just south of your position! Feinteli, ich habe ihn gespottet. Feinteli ist markiert jetzt! Feinteli ist markiert jetzt! Feinteli außer Reichweite. Mit welcher Flagge kriegt man eigentlich das Gunship? Feinteli ist markiert. Okay. We've lost objective Delta! Hey, here's my kid! A ist bloß ein Zweier. Merci. A. Ja, habe ich. Die außenrum, außenrum, links, 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 links. Er schießt. Ich fahr wieder nach A. Okay. Oh, dich komm zu dir mit, Renndark. Container oben. Hast du den erwischt? Nein, bin down. Zwei Mann sind da mindestens. B geht auf. Down. Oh, leck mich am Arsch, kommen da viele. Ja. Ich geh über das Boot mit rein. Ah, ist total voll, ja. Okay. Ah, shit. Ähm, ihr habt keine Spawnbuckle liegen, ne? Das ist scheiße. Squad leader soll eine Spawnbuckle liegen. Ich bin down. Scheiße, wo kam der her? Da, seitlich. Jetski, ja. Und die Herren, bisschen spät. Aus von mir. Gibt es noch die Möglichkeit einzusteigen? Ja. Er schlägt bei uns ein. Der Benz ist zwar da drauf, aber der spielt nicht. Passwort? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Passt nicht. Überlegbar. Es war wieder so ein komisches Comeback oder sowas. Such mal Comeback. Wie soll er denn das wegnehmen? Comeback. Ja. Da und bei A? Keiner mehr bei A. Ähm. Boah. A ist noch Action. Ich hab'n. Richtig viel, ja. Ich hab'n. Richtig viel, ja. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ja, ich seh'n. Ja, ich hab'n. Geht doch bitte nach Javi und der Schützer, bitte. Boah, das ist ein Boot. Wir sind im Flaggenbleed. Dunkelboot. Kann wir irgendjemand das Passwort haben? Leute, wir sind im Bleed. Wir sind im Bleed. Ähm. Das... Die sechste mit... Äh. Nicht die sechste. Die fünfte unterstützt bitte die Mitte. Bei Charlie. Und dann machen wir die Mitte klar, ne. Dass wir wieder die Flaggenhoheit kriegen. Und danach geht's wieder weiter nach Alpha. Erst die Mitte nehmen, bitte. Okay. Großtags haben wir. Neh' bei uns. Neh' bei uns. So. Oh, das gibt's nicht. Er sagt, soll ich bei dir kommen oder soll ich in die Mitte rein? Ich bin da bei D. Was ist denn das Passwort? Ach Gott scheiße. Come back. Dirtman, come back. Ich bin ein Robisch. So, spawn mal bei mir und leg da ne Spawnbanken. Oh scheiße. Komm jetzt mit dir rein, Rendarc. Ich mach jetzt die Mitte oder wie? Okay. Oh, die Phase ist aufgelaufen. Trottel. Ja. Komm mit. Komm mit. Der Gegner ist das Front Deacon down. Oh, shit. Der Gegner ist da. Der Gegner ist da. Wo wollen, dann? Oh, 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 oh. Wir sind hier voll unter Feuer. Ja, deswegen stehe ich in den runden Ding drin. Oh, nöh, oder? Das glaubt mir jetzt kein Mensch. Oh,ack verloren. Das ist mal ganz schlecht. Ach. wo wolltest du raus delta verteidigen die haben die spawnbarge weg wir brauchen ok 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 in die mitte was brauchst du so ähm Pionier mit, äh Pass-Raw ok Spawn bei mir, spawn bei mir und müssen die feindliche Rift da wegmachen das da steht da steht eins da, machen weg Du, vor allem gerade aus dem Boot rauskommen Ich hole Ich bin rausküpft und bin dann gleich weg gewesen Ja, das ist, die Frontalscheiße, die passt irgendwie nicht Ne Wir nehmen noch mal Außen rum und mittig zwischen A und B an Ähm Wir zwei, nehmt mal ein Boot auf der anderen Seite und fahrt zu A Das ist ein B Oh, hinter den Containern ist einer Das ist ein Boot auf deiner Seite Zellofen, genau, der ist down Okay, ich nehme Wasser im Rupert Oh, shit No, shit Naja Es ist ein neuer Hubschrauber zwischen A und B Wofür Wahrscheinlich ein Hubschrauber zwischen A und B Oh, da kommt einer mit seinem Boot Sind die Panflöte weggeschossen RIP-Boat gegen G36 Unentschieden Das ist so männlich Wo gehen wir jetzt hin? Bravo, Alpha? Bravo Wird schon beschossen Ich auch Ich habe da einen Spawn-Bee gefetzt Der kommt mit einem Spawn-Punkt runter Direkt hinter mir, dann haben wir einen Fallschirm runtergekommen Direkt hinter mir An den Heli, sagt bitte mal an den Heli, es laufen welche auf dem Berg Darf ich da einsteigen? Oh nee Dann führte es wieder an ein... Bravo Ich bin down Von mir nur an 30 Ich bin aber verraten Ich bin aber verraten Wir wissen, dass ich hier bin Hallo, kleine Maus Ab mich Bin down Kommt jetzt über den Hügel, das ist schon weh Wir kommen jetzt mit einem Wasser-Mob jetzt Ja, hab ihn aufzauern Wollen wir uns das nicht geben, oder? Ich bin getrennt fahren, ne? Falls eigentlich einer abgeschossen wird Kannst du ihn nur zu dritt sein, willst du da reißen? Da reißen wir mal bei jemandem einen mit? Ja Ah, und der überfährt mich Falsch rausgekommen Ach, du bist schon drin Ja, Dreck aber auch, da kommen wir gar nicht durch Und da kommen wir auch nicht raus Da ist ja zum Kotzen Oh, shit Die Salbe gegen den Arsch Ich springe ab Ja Ja Ja, ich bin zu früh abgesprungen vom Landschiff Oh, das gibt's doch nicht Okay, ähm Ich stelle hier mal Bornbeakon hin Fiffen wir die little weapons Drei Boote bei euch Kampfsboot direkt vor mir Kampfsboot hat schon richtig einen mitgekriegt Bin gleich an Alpha Ich bin bei D, ich war eigentlich bloß nicht Kampfsboote, es sind keine Super Kampfsboot ausgeschaltet Das fährt noch, das fährt noch Das fährt noch Gustav vor der Inselan Die kleinen Inseln ist irgendwo nicht Das ist nochmal ein Das kommt Das hat vorhin auch richtig einen mitgekriegt Oh, bin schon im Flugrange im Wasser hier Die B Boote ist markiert Ja, aber ich bin im Wasser Boah Das sind zwei Boote Wah, Freikampfboote B ist neutralisiert Oh, ne Ehhh Ich habe Laboraturwerkzeuge und keiner Bleibe ich mal hier oder ist der Bert auch da vorne noch? Wir sind auch noch da vorne im Wasser Bleib mal da bei B im Wasser 12 Uhr ist irgendwas im Wasser, dann nebelt es auf Gesehen Ah, jetzt bin ich down, nicht so viel Die B Ja, Kampfboot ist rechts Sehr gut Bleib stehen Achtung, da vorne rennt er Alpha oder Bravo? Ich nehm die linken Fläche Ja, schön Ich bin direkt hinter dir, so Ich bin bei B Das Boot war grad leer, oder? Ja, und ich seh schnell vom Boot Ich flödel Du bist so ein Noob, das gibt's ja auch Ich hab das nicht gesehen, dass das da ist Ja, den hatte ich noch, aber Kann anderer von euch Das piept ja nicht, wenn's aufpoppt Die haben mich entdeckt, die beschießen mich Oh, der Blue, der fällt Oh, Geiler Scheiß aber auch Oh, hier Punktlandung, kann ich gleich in der Barke legen Das ist einfach Delta Force Absprung, weißt du? Das war ja mal ein bisschen klar Irgendwo schießt's von hinten, ach, das war einer von uns Ja, Geländium hab ich erschossen Wir ziehen B Einer vor mir, einer vor mir, jawoll, die Zielscheibe ich wegmacht Wir ziehen, wir ziehen Wir ziehen Boah, fuck Nein, wir ziehen nicht mehr Boah, meine Waffe hat mich durchlaufen So, und probiert mal von Gustav hier reinzubringen Ich hab dacht hier in den Lade hin Ich bin einfach an das Tor ran Wir haben's Er ist da Das war doch mal geile Scheiße Wir haben nur keinen Medic dabei, ne? Da hinten ist einer Ich bin Medic Ah, die kommen mit einem Spawnpunkt hier runter Hinten am Wasser Einer hab ich Ich glaub ich Hirn, hab ich's eh nicht Ja, ich hab den Spawnpunkt gefunden Medic is down, äh, äh, ähm, MG is down Report is down, ja Spawnpunkt is down Ich bin down Ich bin down Jawoll, gekraut Ah, nein Ah, nein Der eine ist angeschossen Einer hab ich Oha, Gegenmesser Oh, eine ist in dem Haus Oho, ich hab keine Munition gemacht Ich schieß und er fällt nicht um Jetzt bin ich down Jetzt bin ich down Hang on, let me help you Ich aber zu B, oder? Wir sind wieder dahinten Jaa, Moon Medic Ich brauch Ammo und Ich brauch nen Medic Du regenerierst wieder Sag zu mir eher Ja, ja, ist okay Ja, ich hörs Im Wasser Lass dich vom Ja Komm ich bei A Ähm, Flo Ich hab euch jetzt Einen anderen Flo Oder Atomflo Geschenkt Auf dem Boot ist einer Der schwimmt unter mir ist einer Gustav auf Delta Ich fahr mal weg Feindliches Boot Ist hier niemand Markiert Boot gespottet, markiert Es schwimmt einer bei dir, Renndag Den hab ich Okay Fahrzeug ist getroffen, bin aber vom Killer Cube erschossen worden Der steht auch schon mal irgendwo Boot is down Sehr schön Ich komm von B Ich komm von B Aber irgendwo, irgendwo Ja, Sniper ist da Einzustehende Palme Deine Insel Jaja, wir sehen Blue, ich brauche einen Muni Und wenns Ich bin am töten Wo bist du? Hier, direkt an dir In dem Container Oh, da hinten Oh, nix mehr, nur noch 15 Schuss Diese einzelne Palme sollten wir uns mal zur Brust nehmen hier Ja Einzelne Palme? Der heißt so Ja Oder du machst eine spezielle Palme? Ja, da gibt es eine kleine Insel mit einer kleinen Palme Ah, ich verstehe Die Palme muss da oben stehen Drei Leute Drei Leute Und ich, wir sind jetzt gerade Drei Leute Ich brauche in die Halle rein Bei Deltan Die ziehen schon wieder an Ja Der Tagboot kommt Boah Oh, ne, oder? Sender war zwischen den Containern bei A Sender war zwischen den Containern bei A Sender war zwischen den Containern bei A Da kommt ein Boot Sure Ah, jetzt fallen wir in den Rücken Jaja Bei geht's denn? Oh, ne, oder? Ja, mal zu dir Hat, ähm Flo Drinnen bei Delta sind zwei weg Schwer dir zu I Ja, der Katarro ist besser unterwegs Ja, ich seh die auch Ja, ist gespottet Drei springen gerade ab, genau zwischen Alpha und Bravo. Einer springt sogar ins Gebäude rein, bei Alpha. Ja, gerade gesehen. Im Gebäude ist du? Nein, ich brauche bei Bravo Unterstützung. Ich bin alleine im Range gewesen. Flo, die sind abgeleckt. Und wer kommt? Harnflöte ist da. Auf dem Dach bei dem Haus bei Alpha. Wo ist der Heli? Ich seh nichts von der Qualen. Über B. Zwischen Alpha und Bravo ist wieder ein Abspr- Ne, es war noch von uns. Abspringer. Abspringer. Hab ich weggemacht. Der Heli geht mir auf den Sack. Ja, ich markieren. Ja, gleich. Ich bin da und ich bin da und. Scheiß mal. Da musst du halt auf dem Berg stehen, damit du den markieren kannst. Boot fährt aus. Boot. Nördlich von der kleinen Insel. Alpha und Bravo. Fährt Richtung Alpha. Heli. Heli. Heli über unsere Bs. Ne, über A. Wir sind mit zwei Mann hier, aber ich bin tot. Und bei dem Boot mit C4 wegmachen. Ich glaub, Halis ist das. Kennen sie schon wieder. Ja. Mein Fächer. Das ist ja nicht mal. Wo ist er? Ihr könnt Druck auf Denker machen. Die sind alle bei Echo. Oder die meisten. Ja, da bin ich grad down. Ich glaub, die haben irgendwann so ein Spawn-Beacon. Ne, haben sie nicht mehr gemacht. Ne, ich bin da aus rein. Fast auf dem Lach gelandet. Die Helis und die Boote sind für die Support Group. Die werden nicht benutzt. Wir haben hier direkt einen Spawnpunkt drin. Ja, dann schießen weg. Ja, erstmal hinkommen vor lauter Lacken. Oh ja. In dem Gebäude. Im Gebäude steht der Spawnpunkt. Hab ich zwei weggemacht. Spawnpunkt ist auch weg. Vom eigenen auch fast erschossen. Passt. Du musst das, ne? Wir sind jetzt wieder bei Delta. Die war sowas anders. Was? Lass mich. Heli ist markiert. Heli ist down. Heli ist down. Aua. Huls bei Alpha. Ah, und ein Feind hinter dir. Hinter dir. So, hinter dir, hinter dir. In meiner Position. Das gibt's nicht mit. Diese G36. Ich treffe da nix. Hat mir ja mal ne andere Bumme. Ah, ganz schipp. Hinten. Zielscheibe kommt direkt hinten aus dem Wasser an. Ah. Direkt an unserem Boot. Von hinten. Also von unserer Seite. Aus dem Wasser. Weit ich kann grad nicht. Wir sind mitten im Fall. Ich hab die Dings zerstört, aber die haben mich auch zerstört. Achtung, Boot. Ja. Ich werde wieder langsam zurück. Die Linie hab ich weg, aber da ist noch einer vorne. Vorne an der Bumme. Vorne an der Alpha. An Alpha. Viele. Äh. Noah. Hätt ich meinen Spawnbeak nicht aufgestellt, hätten sie mich nicht gesehen. Ah. Ich bin jetzt grad wieder so einer. Nicht vor einer Ecke hängen geblieben. wir haben wieder a und b verloren dass man bitte mit einem platz charlie delta nicht mal ich habe ich habe hier was fährt er denn hier sehen es hat kreisen wir sollen hier ja dann machen wir richtung bitteschön wir gut und wir sind jetzt bei eco da war ich gerade mit einem kleinen fahrzeug unterwegs sind hallo hier ist mein messer wieder in deinem popo popo messer ein popo messer für den kärtern diesmal wir haben echo hier auf charlie mit ansagen das sind drei leute ansage wo wollen wir hin ich renne doch jetzt nicht ganz durch hier irgendwie peter das macht mich nervös gehört nicht zu uns wird man ist noch da ja was nicht zu uns gehört kommen zu mir achte kann ich doch ich habe ein spawn biegen irgendwo hingestellt kommt mal rein wir probieren es noch mal ich steig erst aus ich habe das ganze ein gesetzwerder spawn können benutze es bitte ich stecke jetzt hier du steckst ein paar böse sachen an du hast dich gerade selber umgejagt ja ich weiß aber noch nicht genau warum das war ein slams und ich will es irgendwie einmal mitgenommen scharf da und wer werden wir jetzt machen ich bin im gunship drin da kann man rein hat es gehe mal rein pass auf ich gehe mal rein ich bin im gunship ja alles klar und du bist gleich raus wieder oder ich habe gerade ein boot weggemacht also hier so lange mal bei eh rein verteidigen ja ich bin quer zu fahrt ja ich bin vom gunship abgesprungen ja gut lasse doch an b jetzt verwecken ja ich steige jetzt nicht mehr ein ich habe es gar nicht mehr spawn heißen spawn heißen gute sache gute sache